Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es einen Styling Haul und zwar mit meinen absoluten Herbst-Must-Haves. Also das sind wirklich Basic Pieces, die du ein bisschen brauchst in deinem Kleiderschrank, um so eine Overall Capsule Collection zu erstellen. Ich bin selber noch kein Pro. Ich taste mich immer noch so ein bisschen mehr an Unique Basic Pieces. Ganz viel Denglisch. Wen das stört, schalte jetzt schon mal ab, denn Denglisch ist meine Sprache und ich kann nicht ohne. Also, ich zeige euch Pieces, die ihr braucht, die wirklich wichtig sind, um ein Outfit zu erstellen, die du immer miteinander kombinieren kannst und mal auswechseln kannst und dass es immer klassisch und immer zeitlos ist. Ich werde alles unten verlinken plus Alternativen. Es wird in diesem Video ganz viele Inspos geben von Pinterest-Bildern, die so ähnlich gestylt sind. Und ja, ich werde jetzt jedes einzelne Teil mit euch durchgehen und dann Outfits in das Video reinschneiden. Einschneiden, reinschneiden. Okay, let's start! Okay, lasst uns hier jetzt einfach mal ein bisschen durchgehen. Ich habe noch nicht so richtig meinen Filmhintergrund hingekriegt und wir sind ja jetzt auch noch nicht so lange in der Wohnung. Also eigentlich schon, aber es ist einfach noch nicht so viel fertig. Deswegen werden wir jetzt einfach mal ein bisschen starten und ich zeige euch diese ganzen Klamotten. Okay, fangen wir einfach mal bei der Seite an, hinten bei den Mänteln. Absolut essentiell ist ein Trenchcoat. Am besten in so einer beigen, einfachen Farbe. Ich bin absoluter Trenchcoat-Obsessor, aber wenn ihr mich fragt, ist diese Art von Farbe ein absoluter Klassiker und der geht mit allem. Also, danach kann man mal einen schwarzen hinzufügen, danach kann man einen grünen hinzufügen. Aber ein Basic Beiger ist wirklich das Beste, was du machen kannst. Der hier ist von Zara in der Größe M. Ich habe den wirklich schon, ich meine, zwei Jahre. Und der hat, glaube ich, damals, damals, 60 Euro gekostet. Absolut worth it. Ich habe den sehr, 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 sehr oft getragen. Natürlich ist auch super schön klassisch einer von Attire, der ist halt wirklich teuer. Oder ein Vintage von Burberry. Burberry. Auch absolut Luxus. Muss man nicht unbedingt haben. Aber wenn man gerne in ein etwas Klassisches investiert, dann würde ich es in diese beiden Brands machen. Ich werde euch unten auch die nochmal verlinken und auch einen schönen Vintage bei Vestiae raussuchen. Ich habe meinen Burberry, den habe ich jetzt extra nicht hier reingemacht, weil es für mich jetzt kein absolutes Essential ist. Ich würde es aber trotzdem nochmal erwähnen. Ich habe das im Outlet gekauft in Metzing. Also, falls den einen oder anderen das interessiert. Das Ding ist im Herbst, es ist frisch, es ist kalt. Wir brauchen auf jeden Fall was zum drüberziehen. Und da ist auf jeden Fall eine Lederjacke essentiell. Ich habe diese hier von Doocy. Ich habe die jetzt auch schon ein Jahr oder anderthalb sogar. Und die war teurer, aber die hat sich absolut gelohnt. Der Schnitt ist 1A und das ist so eine klassische Lederjacke. Wo ich weiß, dass ich keine andere brauchen werde und ich nur die brauche. Deswegen hat sich das Geld, also cost per wear, auch schon wieder gelohnt. Es gibt aber Alternativen. Seitdem die draußen ist, ist Fast Fashion auf jeden Fall hinterher gekommen. Deswegen werde ich euch ein paar Dupes auch unten verlinken. Der Schnitt ist absolut genial. Und weil ich die so toll finde, habe ich die auch in diesem Grün. Ist kein Muss. Ich wollte es euch trotzdem zeigen, dass ich die sehr, sehr toll finde und mir deswegen auch noch direkt die zweite gekauft habe. Weiter geht's mit Blazer. Die werden so lange weiter im Trend sein. Ich habe das Gefühl, das musste letztes Jahr erst mal so ein bisschen aus allen rausgekitzelt werden. Und jetzt kann man sich Blazer echt gar nicht mehr nicht vorstellen. Früher war das ja immer nur so Office. Und jetzt kriegst du das Everyday. Ich habe hier einmal einen von Naked. Die Qualität ist gut, aber ist jetzt nicht welten. Also falls ihr hier mal nah rangeht, da sammeln sich so ein bisschen Fluseln, was ja per se nicht schlimm ist. Aber wenn man das jetzt zum Beispiel mit meinem Beigen vergleicht, der ist absolut neat. Der Hintergrund ist, ich war mir damals nicht so sicher, ob ich Blazer mag oder nicht. Deswegen habe ich mir den bei Naked bestellt. Bin immer noch sehr, sehr zufrieden mit denen. Es gibt auch von H&M welche, die haben die ähnliche Qualität. Die finde ich auch super. Aber wenn du was Klassisches, Zeitloses willst, dann ist, finde ich, von The Frankie Shop extrem geil. Kostet mehr, aber ich weiß, es gibt für mich keinen anderen Blazer, den den ersetzen wird. Einfach durch die Farbe. Du hast hier Taschen. Kannst die auch rausmachen. Und der ist sehr, sehr zeitlos und der ist einfach wunderschön, auch hier mit den Knöpfen. Verarbeitung ist Hammer und das ist auch so ein Piece, in das es sich lohnt rein zu investieren. Aber es gibt auch gute Dupes, wenn man darauf jetzt nicht so viel Wert legt. Ich habe beides im Kleiderschrank. Ich müsste eigentlich mal einen sehr guten schwarzen in guter Qualität mir holen. Dann muss ich mir nicht mehrere holen, weil ich weiß, dass ich den nächstes Jahr nicht mehr tragen kann. Einfach durch diese Oberfläche. Was aber nicht schlimm ist, aber ich wollte es euch beide nochmal zeigen, weil das sind die essentiellen Blazer, die ich finde, die man in seiner Kollektion braucht. Ein schwarzer, absolut essentiell und ein brauner. Also eigentlich theoretisch hätte ich in einen guten schwarzen investieren sollen und dann einen braunen, theoretisch, der jetzt vielleicht nicht so teuer ist. Ich habe es jetzt andersrum gemacht, aber ja. Was auch super cute ist für den Herbst und auch für den Winter. Es ist jetzt kein Basic Piece, was jeder braucht, aber es sieht super, super schön aus und das wollte ich euch jetzt nochmal zeigen. Und zwar einmal so ein Cropped Blazer mit dem passenden Rock. Das Set ist von Archive The Label. Und das ist so eine Instagram Brand, die alte Klamotten wieder neu macht und das dahinter finde ich richtig gut. Das ist sustainable dadurch auch. Das war damals mal ein Men's Blazer und jetzt ist es einfach ein richtig schöner Rock mit einem Blazer. Und das sieht hammer aus. Ihr könnt da drunter eine Strumpfhose anziehen, eine Tasche, you're good to go. Oder wenn es ein bisschen kälter ist, auch noch einen Trenchcoat drüber. Oder auch einen schwarzen Blazer drüber. Sieht saugeil aus. Und wenn man friert, kann man auch einen schwarzen Body oder einen schwarzen Top drunter anziehen. Wenn es ein bisschen wärmer jetzt noch im September ist, ist es halt auch mega cool mit einfach einem Cropped Top. Was absolut im Trend ist, sind gestreifte Pullover. Und das zurecht, ich finde es unfassbar schön und es ist so ein klassisches Piece, was einfach super, super schön ist zu kombinieren und perfekt auch für den Herbst passt. Ich habe jetzt diese beiden hier. Der eine ist von H&M und der hier ist von Gina Trikot. Die Qualität von den beiden ist okay. Nicht kratzig, aber auch nicht Kaschmir, basically. Weiß nicht, ob man darauf viel Wert legen sollte. Meine Eltern sagen immer, Kaschmir ist toll. Aber ich persönlich bin, was Pullover betrifft, lieber ein bisschen mehr und ein bisschen mehr Variety als ein Pullover. Aber wie gesagt, ist Personal Preference. Ich finde, für so einen gestreiften lohnt es sich voll, den bei H&M zu holen. Es gab auch so einen ähnlichen von Arkit. Den habe ich mir auch bestellt, weil ich mir dachte, okay, vielleicht einer und der ist es. Ich muss sagen, der Stoff hat mir nicht so gut gefallen. Der war sehr hart und der sah sehr boxig aus. Dieser hier, der ist einfach locker, der schmiegt sich an, den kannst du in die Hose reinstecken oder auch nicht. Und der sieht einfach trotzdem mega, mega schön aus. Ist halt so ein bisschen kuscheliger, der andere halt eher nicht so. Und den habe ich mir bei Gina Trikot ausgesucht. Da fand ich den einfach cool mit einer schwarzen Leggings und Boots und einem Trenchcoat drüber. Einfach sehr basic, aber es sieht trotzdem mega cool aus. Wenn man zum Beispiel so einen Low-Dut-Sleeve nach hinten hat und große Ohrringe, so wie die ich gerade trage, sieht das dann trotzdem sehr, sehr klassisch aus, obwohl es voll das comfy Outfit ist. Kommen wir zu einem Pullover, in den ich investiert habe. Den habe ich mir in den Haar gekauft. Von der Brand APC. Rue Madame Madame... Madame? Paris? Habe ich vorher noch nicht gekannt. Scheinbar kennen den viele, diese mag ich jetzt nicht. Aber ich fand die Qualität von diesem Pullover so extrem geil, dass ich mir überlegt habe, ich investiere in so einen klassischen Off-White Pullover. Weil was ich an dem so toll finde, ist, man kann den halt richtig cool über die Schulter auch tragen, ohne dass der so komisch sitzt oder liegt oder das komisch aussieht. Moment, ich will jetzt mal meine Haare wegmachen. So würde das jetzt basically aussehen. Und das hatte ich kombiniert mit einem Trenchcoat drüber. Das sah so cool aus. Und es hält halt warm und der sieht auch mega schön getragen aus. Also das war für mich wirklich eine gute Investition, die ich denke, sich noch mehr lohnen wird, weil die Qualität wirklich Hammer ist. Das ist Young Wool, glaube ich, hatte ich nachgeschaut, oder? Virgin Wool? Genau, World Virgin Wool. Und das ist eine sehr gute Qualität von Wolle. Und das spürt man auf jeden Fall, es ist null kratzig. Und es ist, wie gesagt, auch so ein tolles Layer-Piece. Denn wenn es ein bisschen kälter wird, müssen wir auf jeden Fall in Deutschland mehr tragen. Das heißt, gegebenenfalls einen dünneren Pullover drunter, dann Trenchcoat und dann auch noch diesen Pullover drüber. Und das sieht mega lassi, effortless aus. Und ich habe den in Größe L bestellt, damit der nochmal extra größer sitzt. Weil das Ding ist, wenn ihr die Pullover zu kurz kauft, dann gehen die nur bis hier hinten. Und dann sieht das mega weird aus. Auch, was ich finde, ein Essential-Piece ist ein Rollenkragen-Pullover. Das hier ist einer von Marlo. Den habe ich, das ist Kashmir. Ich habe den mir bei Best Secret gekauft. Für, ich glaube, 60 Euro oder so. Also das war voll der Bargain. Also guckt gerne auch mal auf solchen Webseiten, weil da findet man echt geile Kashmir-Deals. Das Grau fand ich sehr zeitlos. Ich fand das extrem schön mit einem Rock reingesteckt oder mit einer Jeans reingesteckt. Und das ist auch so eine basic graue Farbe, die immer geht. Also sei es so ein Pullover in diesem Grau, wäre auch ein absoluter Hit gewesen. Sorry Leute, was auch essentiell ist, sind Anzugshosen. Ich habe jetzt diese hier von Naked. Ich finde die sehr, sehr gut. Die Quali hält nicht ewig. Also hier ziehen sich bei mir schon die Fäden. Ich habe die wirklich oft an und das ist diese hier. Die ist sehr, sehr basic. Aber wenn ihr seht, ah ja, hier, das ist halt ein bisschen pass. Aber sonst für den Preis von dem Fit finde ich die sehr, sehr geil. Dann habe ich hier dieses Kleid. Und vielleicht erkennt der ein oder andere dieses Kleid schon, denn das ist ein 99 Sample. Und zwar ist das so ein Singlet, ganz, ganz glattes Kleid in einem ganz, ganz angenehmen Stoff, die so ein bisschen Shapewear ist. Und klar, wir sind im Herbst, aber sowas sieht sehr geil aus. Mit einer Strumpfhose und Overknee Boots oder Strumpfhose mit Loafers und einem Blazer drüber. Sieht sehr, sehr geil aus. Und deswegen ist das bei mir einfach auch drinne als Basic Piece. Was auch sehr, sehr cool ist, sind diese Anzugswesten. Ich finde die richtig cool. Vor allem, wenn man die einfach als Top trägt und dann einen Blazer drüber. Das ist natürlich jetzt für Everyday eher so ein bisschen semi, weil es ja schon ein bisschen nackig ist. Aber vom Vibe finde ich die halt auch voll cool, wenn man ein langärmliches Oberteil drüber anhat oder sowas. Und dann den Blazer drüber. Es gibt in dem Outfit einfach so ein bisschen mehr Edge. Und da gibt es richtig viele zur Zeit auf ASOS, bei Zara, bei Mango, aber auch teurer wie bei The Frankie Shop und so. Ich werde euch da beide Alternativen einfach mal unten verlinken. Da könnt ihr euch mal durchstöbern. Hier haben wir so ein klassisches Zara Piece, wo die Qualität halt einfach so ein bisschen hapert. Also der Stoff, wenn ihr euch mal die beiden Westen vergleicht, die sind natürlich ein bisschen unterschiedlich. Aber ich habe das Ding jetzt dreimal gesteamt und die sind leider einfach immer noch so zerknittert. Trotzdem finde ich das Set richtig schön. Vor allem in der Kombi mit der Hose. Die Hose sitzt richtig gut. Die habe ich in der S und diese Weste in der M. Und wie gesagt, mit einem Blazer drüber finde ich das auch sehr, sehr cool für diese leichte Wärme, die wir noch haben in dieser Übergangszeit. Die Outfits, die ich euch zeige, sind basically noch für End of Summer, Anfang Herbst bis Mitte Herbst. Was danach ist, ist es wahrscheinlich zu kalt und zu regnerisch. Aber gerade so viel Übergangszeit brauche ich selber immer voll viel Inspo, weil ich nie weiß, was ich anziehen soll. So, dann kommen wir basically zu Basic Tops. Da habe ich eine große Auswahl an verschiedenen Tops, die aber Basic sind, die man braucht. Einmal ein gestreiftes T-Shirt, das hier ist jetzt von Zara, finde ich absolut genial, wenn man das mit einer Lederjacke kombiniert und einer weißen Leggings. Äh, einer schwarzen Leggings, bitte keine weißen Leggings, bitte keine weißen Leggings. Ein gestreiftes T-Shirt mit einer Jeans oder mit einem Rock und einer Strumpfhose und darüber einen Blazer. Saugeil. Dasselbe auch mit einem schwarzen T-Shirt ist auch wichtig, das habe ich jetzt auch hier von Zara. Aber ich lege halt nicht ganz so viel Wert auf meine Basic T-Shirts, weil die sich bei mir meistens verfärben und es sich da für mich nicht lohnt, da Geld so rein zu investieren. Wenn du da besser bist, lohnt es sich auf jeden Fall auch ein gutes schwarzes T-Shirt zu haben. Oder du bist so wie ich, I don't know. Und dann habe ich hier noch so ein weißes Crop Top, auch von Zara. Auch super essentiell. Oder auch so ein weißes Singlet Top. Das hier habe ich jetzt von Brandy Melville, glaube ich. Aber das kriegt man sonst überall. Und dann habe ich hier, weil ich finde, das sieht extrem schön auch einfach aus unter Outfits. Das ist so ein Bandeau-Top. Das ist von Sisterhood in der Größe S. Und das finde ich richtig schön, auch über einen Blazer mit einem Rock oder mit einer Lederhose oder sowas. Und diese Schwarz-Weiß-Kombinationen schreien Chanel und es sieht super teuer aus. Und deswegen feiere ich das sehr. Achso. Und ich feiere es auch, weil die Qualität toll ist. Nicht nur, weil es teuer aussieht. Und der Schnitt ist toll. Machen wir weiter mit Hemden. Wenn ihr mich fragt, ist ein absolutes Must-Have ein weißes Hemd. Ich habe das hier von DJF Avenue und ich muss sagen, ich habe viele weiße Hemden. Ich habe welche von Zara, ich habe welche von Naked, ich habe welche von H&M. Aber mir fehlt ein richtig gutes, weißes, normales Hemd. Kein Line-Hemd, kein Crinkle-Waffle-Hemd. Ein weißes Basic-Hemd. Und jetzt bin ich wirklich, ich habe fünf weiße Hemden. Die einen sind zu lang, die anderen sind zu kurz. Das hier ist perfekt. Das hier ist von DJF Avenue. Und ich weiß, es ist teurer. Aber es lohnt sich, in so ein Piece zu investieren. Weil das willst du nicht missen. Und das hier ist dieses weiße. Das hat hier hinten auch nochmal so einen Schlitz. Hat eine tolle Baumwoll-Qualität. Ich habe es jetzt in Größe M. Hier so eine Tasche. Lieb es wirklich sehr. Ich habe dasselbe Oberteil jetzt hier auch in gestreift an. Das hatte ich mir zuerst gekauft. Und da hat mir die Qualität sehr, sehr gut gefallen. Dass ich dann gesagt habe, Alter, mir fehlt so ein gutes weißes Hemd. Was ich mal mit einem Blazer anziehen kann. Was ich mir über einen Rock anziehe. Ohne dass ich so ein riesen, so ein riesen weißes Zelt habe. Und ich bereue den Einkauf überhaupt nicht. Und kann es euch deswegen empfehlen. Ansonsten verlinke ich euch meine Alternativen, die ich auch im Kleiderschrank habe. Und da kommen wir jetzt auch zu gestreiften. Das hier ist, finde ich, ein Dupe zu diesem hier. Das hier ist von DJF Avenue. Das ist von H&M. Und ich finde das richtig gut. Ich habe das in Kombination mit dieser Hose. Dadurch, dass wir jetzt im Herbst sind, ist das für mich auch so eine Art Pyjama. Die verkaufen das auch als Pyjama. Ich habe das im Sommer vor allem die Hose rauf und runter auch daily getragen auf der Straße. Mit einem süßen weißen Top. Und Yeezy Slides. Sau, sau cute mit der Sunny. Und dann alle gebe fuck Mut. Jetzt im Herbst finde ich das trotzdem sehr, sehr süß. Mit einem Trenchcoat drüber. Und Mini-Axe mit denen hier zusammen. Klar, es schreit so ein bisschen Schlafanzug. Aber ich finde den Vibe sehr, sehr cool. Und einfach auch effortless. Und ja, heutzutage kannst du eigentlich alles auf der Straße anziehen. Personal preference. Weil ich finde das sehr, sehr cute. Und wenn du deine Kapsel-Kollektion ein bisschen aufstocken willst, ist dieses Hemd halt super cool. Weil das so ein schönes Kaki-Beige ist. Und auch sehr gut mit Jeans aussieht. Sehr gut mit Schwarz aussieht. Und auch mit Rücken oder so einfach ein tolles Hemd ist. Das ist von Naked. Ich bin in der Größe 38. Dazu gab es übrigens auch eine Hose. Die würde ich jetzt nicht unbedingt im Herbst anziehen. Weil meine ist 40. Die ist super low waist. Und passt auf eure Nieren auch. Dann habe ich hier noch so einen richtig oversized blauen Sweater von Brandy Melville. Der war jetzt nicht so teuer. Was auch jetzt nicht schlecht oder besser ist oder so. Ich finde die Qualität von dem gut. Und ich finde, man braucht nicht unbedingt immer diesen wärmsten und den angenehmsten Pulli. Der kratzt nicht. Der sieht gut aus. Der ist lässig. Und was ich eigentlich sagen wollte. Blau wird diesen Herbst auch ein Must. Also so ein Dunkelblau ist super schön klassisch und zeitlos. Und auch wenn das in einem Pullover ist, sieht das einfach mega schön aus. Gerade mit diesem gestreiften Vibe, den wir haben. Und da finde ich so ein Oversized Sweater einfach sausa schön. Da kommen wir nochmal zu Unterteilen. Im Sommer waren ja auch Satin Rocke groß. Und die werden auch noch im Herbst einfach ein tolles Essential Piece sein. Selbst wenn du eine hautfarbene Strumpfhose drunter anziehst, sieht man das ja, wenn auch nur an den Füßen. Und da fällt das keiner sau auf. Mit Lofers drüber, dem Rollkragenpullover zum Beispiel. Ja, es screamt ein wenig Oma, aber es sieht einfach super klassisch aus. Und es hält mega warm. Oder man könnte mit diesem Rock auch dieses Oberteil kombinieren. Und dann so ein Bandeau-Moment machen. Und dann mit einem Blazer drüber. Auch sau cute. Ich glaube, Midi-Röcke wären nächstes Jahr noch viel größer als dieses Jahr. Weil sich dieses Jahr die meisten eher so ein bisschen herangetraut haben. Ich spreche da auch selber über mich. Ich dachte früher auch, boah, das ist gar nicht mein Ding. Beziehungsweise letztes Jahr dachte ich mir auch, boah, das ist gar nicht mein Ding. Das schreit für mich Oma. Aber jetzt schreit es für mich klassisch. Es schreit für mich schön. Und ich habe jetzt hier diesen von Mango in der Größe S. Und ich finde die Qualität sehr, sehr gut. Werde ich euch auch empfehlen. Dann habe ich hier diesen schwarzen Basic Rock mit Schlitz. Ich finde den sehr, sehr gut. Ich trage den sehr, sehr gerne. Es gibt viele, viele, viele von Zara, von H&M. Ich muss sagen, ich finde den gut, aber ich finde den nicht perfekt. Ich würde den gerne selber nochmal perfekter machen. Basically. Aber bisher benutze ich einfach die, die ich habe. Ich habe welche von, wie gesagt, Zara, Naked, DJF Avenue. Ich finde, die nehmen sich jetzt, to be honest, nicht so viel von der Qualität. Und von dem Fit finde ich die alle nicht so krass super. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil im Herbst trägst du das eh mit einem Pullover oder mit einem T-Shirt. Da achtet man gar nicht so krass auf den Rock, sondern es ist einfach nur so ein Add-on zu dem Outfit. Deswegen verlinke ich euch einfach mal welche, die ich so habe. Und ich wollte auch nochmal über diese Hose sprechen. Die finde ich mega gut. Die ist auch von DJF Avenue in diesem Weiß. Das ist aus Kypro-Stoff. Ich finde den sehr, sehr gut und überlege auch für 99 Kypro in unsere Kollektion einzubauen. Weil das sehr, sehr nachhaltig ist. Auch einfach ein tolles, tolles Material. Und ich finde die Hose extrem cool, weil die so lässig auch sitzt wie so eine Pyjama-Hose. Ich mir die aber mega gut in Kombi mit so einem Mini-Achs und einem Pullover und einem Cappy vorstellen kann. Wie zum Beispiel mit der hier. Deswegen wollte ich die einfach nochmal kurz erwähnen. Genau, kommen wir jetzt zu Accessoires, bevor wir zu Schulen kommen. Ich bin ein Fan von Cappy's. Ich finde, die sieht extrem cool aus. Die hier ist jetzt von Annine Bing. Ich finde es so cool, weil die so klassisch aussieht und minimal und es nicht so boom ist. Das stört mich bei unseren 99 Cappy's ein bisschen. Da würde ich auch gerne mal wieder neue machen. Falls ihr Bock drauf habt, schreibt es in die Kommentare. Ich finde, wenn es so ein bisschen dezenter ist, richtig cool. Ich finde den Schnitt auch mega nice. Also die finde ich sehr, sehr nice und kann es euch auch verlinken. Und als Tasche bin ich ein absoluter Fan von dieser hier. Und die ist von Houn... äh, nee, sorry. Von Mango. Und ich finde die so geil. Die gibt es noch in schwarz und die gibt es auch noch in beige. Und die ist perfekt für everyday. Ich finde die wirklich einfach mega, mega toll. Das ist wie so ein Wildleder. Und da passt extrem viel rein. Also hier ist auch noch so Reißverschluss. Absolutes, absolutes Must-Have in meinen Augen. Also auch mit dem Outfit drüber. Für die Uni, für die Schule. Ich überlege die mir jetzt auch nochmal in schwarz und in diesen beige zu holen. Weil die einfach saugeil ist. Ich finde die saugeil. Und die hat nur 40 oder 50 Euro gekostet. Also auch super günstig. Dafür, dass man die zu so viel anziehen kann. Ich bin wirklich ein harter Fan von der. Ich habe ja auch diese weiße Tasche von Naked. Mit diesem Boucle-Stoff. Die gibt es ja nicht mehr. Aber dafür gibt es jetzt, finde ich, eine ähnliche Tasche. Nur von der Größe sogar noch besser. Weil die von Naked ist sehr, sehr groß. Und die ist groß. Da passt mein Laptop sogar rein. Auch noch der ganze Schabooms. Absolutes Love-It. Wirklich. Ich habe manchmal überlegt, ob ich mir diese große Bottega holen soll. Aber das hat es für mich ersetzt. Love-It. So much. So. Now we're talking about Cowboy-Boots. Und die einen lieben es und die anderen hassen es. Und let me tell you, it grew on me. It growed on me. Wie auch immer. Ich feiere die. Ich finde, die richtige Kombi macht's. Und ich finde, die richtige Confidence macht's. Ich habe mir so krass den Kopf zerbrochen. Sind meine Beine zu kurz. Sind meine Beine zu stämmig. Bla, bla, bla. Ich habe dieses Paar hier von Massimo Dutti mir gekauft. Weil ich basically keine andere gefunden habe. Und sobald ich die angezogen hatte und die Tags abgemacht habe, habe ich welche bei Mango gefunden, die ich auch sehr, sehr geil finde. Also die hier sind von Massimo Dutti. Die haben hier halt dieses krasse Cowboy drauf. Das muss man mögen. Auch diesen Lack muss man mögen. Ich finde die Qualität, der Fit, das Bequemsein extrem gut. Also ich hatte die in Berlin rauf und runter an. Hatte den ganzen Tag Meetings. Also wirklich von A nach B gelaufen und ganz viel gemacht. Und das war super bequem. Also highly recommend, wenn man mal in so ein Paar rein investieren möchte. Da muss man aber auch diesen Stil mögen. Ansonsten habe ich diese hier bei Mango gefunden. Die waren halt viel günstiger. Die sind aber auch viel plainer. Ich finde die auch vom Fit sehr, sehr schön. Die sitzen ein bisschen lockerer und ich glaube, dass das kommerzieller ist und das auch mehr Leute feiern. Also als ich die geholt habe, gab es auch nur noch wenige Größen. Also falls euch die interessiert, verlinke ich euch die. Die haben eine perfekte Länge. Die sind nicht zu kurz, sondern wenn die zu kurz sind und dann mitten auf der Wade enden, sieht die Wade halt aus. Also man hat eine sehr schlanke Wade. Also ich habe einen Wadenkomplex, sage ich auch offen und ehrlich. Und kriegt auch ab und zu den einen oder anderen Kommentaren. Ich bin jedes Mal so... Deswegen ist der richtige Stiefel wichtig, damit das Bein basically sehr schlank und groß aussieht. So, ja. Wir müssen tricksen mit 1,63. Und der hat auch die perfekte Länge, genauso wie Massimo Dutti. Ansonsten, wie schon erwähnt, sind Mini-Achs für mich essentiell. Sei es im Herbst, aber auch im Winter. Liebe, liebe, liebe ich. Deswegen kann ich die mir nicht wegdenken. Oder was anderes. Die Farbe ist klassisch und die hält. Denkt nur dran, eine Nummer kleiner zu bestellen, weil die leiern aus und am Ende schlüpft ihr aus den raus. Dann habe ich noch Loafers. Ich habe jetzt diese hier von Prada. Ihr braucht natürlich nicht die von Prada. Ich muss aber sagen, ich finde gute Loafers zu finden auch ein bisschen schwer. Ich habe da auch rumprobiert. Letztes Jahr, da waren die noch nicht ganz so groß, wie sie jetzt sind. Oder ganz so normal. Und deswegen habe ich mir dann die von Prada geholt, weil die auch sehr klassisch sind. Ich trage die sehr, sehr gerne. Die müssen halt nicht von Prada sein. Es gibt auch viele andere gute. Ich habe jetzt halt mich einmal entschieden, ich hole mir die und dann bleibe ich bei denen. Ich finde es halt auch cool, dass die weißes, silbernes Logo haben. Trage ich nicht allzu oft, aber meistens so in Kombi mit einer Lederjacke finde ich die sehr, sehr cool. Und einfach ein klassisches Piece. Ansonsten verlinke ich euch gerne noch andere, die ich sehr, sehr schön finde. Und ein paar Sneaker. Da habe ich diese hier von New Balance. Bitte judge nicht, dass die todesdreckig sind. Aber ich trage die rauf und runter. Was ich so cool an denen finde, ist einmal die beige Farbe und einmal dieses blau-grau. Das sieht auch zusammen mit diesem Hemd mega, mega schön aus. Und ja, die kann ich sehr, sehr empfehlen. Die haben auch so ein bisschen Plateau. Und die sind auch nicht so overhyped wie die 530 von New Balance und, und, und. You name it. Und manche zahlen wirklich 300 Euro für New Balance Schuhe. Kann ich nicht verstehen. Deswegen holt euch lieber die. Die gibt es auch noch in anderen Colorways. Werde ich euch auch sehr gerne unten verlinken. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Inspo gegeben. In, ähm, ja, die Klamotten, die ich so trage. Ich weiß, die sind jetzt nicht nur 10 Basic Pieces. Ich wollte euch so viel Informationen und so viel Inspo geben, wie ich nur kann. Ich hoffe, das ganze Video war informativ und hat euch inspiriert. Ich würde mich sehr, sehr über euren Support freuen. Ich kann auch gerne noch mehr Outfits machen oder nur Outfits. Ähm, oder euch auch wieder mehr beim Shoppen mitnehmen. Lasst es mich sehr gerne in den Kommentaren wissen. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Mua! Bye, bye!